Ein Wurzelkanal ist ein Bereich im Inneren eines Zahns, der aus Zahnmark besteht, welches Blutgefahreie und Nerven enter LT. Ein Wurzelkanal kann in Zahnviertel endet oder infiziert werden, was zu Schmerzen und anderen Problemen FA-1-Viertel rennen kann. In solchen FA-Len ist es notwendig, einen Wurzelkanal zu behandeln, um die Infektion zu beseitigen und den Zahn zu retten. 1. Ursachen FA-1-Viertel eher die Notwendigkeit eines Wurzelkanals. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu einer Enzereinviertelndung oder Infektion des Wurzelkanals FA-1-Viertel rennen kann. Dazu gehören tiefe Karis, ein Trauma auf den Zahn, eine fehlerhafte Zahnvereinviertelung oder Zahnkrone, eine abgebrochene Zahnwurzel oder wiederholte Zahnbehandlungen in dem betroffenen Bereich. Wenn eine dieser Ursachen vorliegt und nicht behandelt wird, kann die Infektion fortschreiten und zu einem Abszess FA-1-Viertel rennen. Der schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen kann. 2. Symptome einer Enzereinviertelndung des Wurzelkanals. Eine Enzereinviertelndung oder Infektion des Wurzelkanals kann verschiedene Symptome verursachen, darunter starke Zahnschmerzen, Schwellungen im Bereich des betroffenen Zahns, Empfindlichkeit gegen eine Einviertel BER-Haieien oder kalten Getrain-Kähen, ein abscheulicher Geschmack im Mund oder das Auftreten eines Abszesses unter dem betroffenen Zahn. Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, sollten Sie sofort einen Zahnarzt aufsuchen, um die Ursache zu ermitteln und die notwendige Behandlung zu erhalten. 3. Ablauf einer Wurzelkanalbehandlung. Wenn bei Ihnen eine Enzereinviertelndung oder Infektion des Wurzelkanals diagnostiziert wird, wird Ihr Zahnarzt eine Wurzelkanalbehandlung empfehlen. Der Ablauf einer solchen Behandlung umfasst mehrere Schritte, die darauf abzielen, die Infektion zu beseitigen und den betroffenen Zahn zu erhalten. Zu einer CHST wird der Zahnarzt den betroffenen Zahn betauben, um Schmerzen variant des Eingriffs zu lindern. Anschließend wird er einen kleinen Zugang zum Wurzelkanal des Zahns schaffen und das infizierte Gewebe entfernen. Danach reinigt der Zahnarzt den Wurzelkanal GA1 Viertländlich und FA1 Viertl LLT ihn mit einem speziellen Material, um eine erneute Infektion zu verhindern. Abschlieeint wird der Zahn mit einer Krone oder einer FA1 Viertlung wiederhergestellt, um seine Funktionalität und A-Asthetik zu erhalten. 4. Vorteile einer Wurzelkanalbehandlung. Eine Wurzelkanalbehandlung bietet verschiedene Vorteile, darunter die Erhaltung des betroffenen Zahns. Die Beseitigung von Schmerzen und Beschwerden im Zusammenhang mit einer Infektion des Wurzelkanals sowie die Verhinderung des Fortschreitens der Infektion auf andere Bereiche des KAPRs. Durch die Durchvereinviertelung einer Wurzelkanalbehandlung kann ihn sie ihre Mundgesundheit verbessern und langfristig Geld sparen, da sie den betroffenen Zahn nicht entfernen und durch teurere Optionen wie Implantate oder Bra1 Viertelzehnten ersetzen ma1 Viertelsen. 5. Wichtige Nachsorge nach einer Wurzelkanalbehandlung. Nach einer Wurzelkanalbehandlung ist es wichtig, die betroffene Stelle gut zu pflegen und regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzuvereinviertelrenn, um sicherzustellen, dass der behandelte Zahn gesund bleibt. Es wird empfohlen, auf eine gute Mundhygiene zu achten, regelmaeig ZA nie zu putzen und Zahnseide zu verwenden, um die Bildung von Karies und Infektionen zu verhindern. Wenn Sie nach der Behandlung anhaltende Schmerzen oder andere Probleme bemerken, sollten Sie sofort Ihren Zahnarzt aufsuchen, um weitere Untersuchungen durchzuvereinviertelrenn und gegebenenfalls zusätzliche Behandlungen zu erhalten. Zusammenfassend la SST sich sagen, dass ein Wurzelkanal eine wichtige Behandlungsmethode ist, um eine Infektion oder Enzereinviertelndung des Zahnmarks zu beseitigen und den betroffenen Zahn zu retten. Wenn Sie Symptome einer Enzereinviertelndung des Wurzelkanals bemerken, sollten Sie sofort einen Zahnarzt aufsuchen, um die Ursache zu ermitteln und die notwendige Behandlung zu erhalten. Durch die rechtzeitige Durchvereinviertelung einer Wurzelkanalbehandlung kann Ihnen Sie Ihre Mundgesundheit verbessern und langfristig die Funktionalität Ihrer ZA nie erhalten.